Was machen wir heute? Ausbruch. Von? BMW. Welchen? Geil. Ja, ist Silber, ist groß. Von Stefan. Stefan. Von diese Siebener. Legt mich im Arsch, sieht der Arsch breit aus, Alter. V8 Schalter und so. Das ist geil. Aber klein ist egal, aber 8 Zylinder. Ne, 3 Liter. Er sagt schon, ist zu hoch. Muss noch hoch. Aber Schalter. Das ist gut. Und das ist der nackteste Siebener, den es gibt. Soll ich Porn machen? Mach. No, geble! Jetzt? Schnips, schnips mal. Richtig. Mein Finger. Ja, du bist recht, ich mach recht. Hallo? Geht! Richtig. 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 Come on. Richtig. Richtig. So, jetzt bist du scharf. Macht es Spaß? Nein. Warum? Weil du meinen Kopf f 역시. Warum ich wieder? Ich habe damit gar nichts zu tun. Du kommst immer so mit Linsen in die Fresse. Macht es Spaß? Ja, es macht Spaß. Okay. Malika macht Insta. Malika macht Insta. Na. tim Na. 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 Bis zum nächsten Mal. Du bist fast fertig, ne? Meine Kamera sagt, du bist ganz kalt. Du bist fast fertig, ne? Diese Rundungen sind ein bisschen runter geworden. Aber das sieht gut aus. Das werden wir gleich hören. So, was hast du jetzt gemacht? Auspuff. Auspuff, Mittelschalldämpfer? Nur Endschalldämpfer. Endschalldämpfer, okay. Ja, weil legal, auf der Straße. Okay. Meinst du, hört sich gleich besser an? Ja. Ist aber richtig nervig bei diesem Auto, ne? Nö, nö, das geht. Das schafft jeder unter dem Wagenheber. Man sieht es an deinem Gesicht. Ja. Also sagst du, bist jetzt fertig? Ja, hier noch. Gut war. Vorher waren die ja gerade, das sieht man ja. Und jetzt sind die so Dieseloptik. Finde ich viel geiler. Jawohl, das ist kein 37i, das ist 37d. Haben wir umgebaut zum Diesel. Okay. Okay, weitermachen. Na ja. Bist fertig, ne? Mit der Welle. Und mit den Nerven. Aber du bist fertig? Ja. Und? Bist du gespannt? Sein vor drei. Tu bleib, ja. Das ist super. Ruf mal, Stefan. Stefan! Stefan! Wo ist er? Stefan! Man sieht nix. Zeröffel vielleicht. Ich bin an deiner Stelle, will ich das alles schwarz machen. Und die Ente von den Hohen. Weil dann siehst du wirklich gar nix mehr. Du bist los oder was? Ich will einfach schwarz machen. Ja doch, bisschen sieht's. Ein bisschen. Den linken könnte man vielleicht ein bisschen drehen. Ja. Nein, aber ich finde, der rechte sieht perfekt aus. Der linke, weil der so krumm ist. Der rechte, da ist alles gerade. Die hoch geht gerade und da ist die Scheiße, weil der so krumm ist. Der linke hängt weiter runter. Ja. Nein, nicht weiter runter, aber der hängt schief. Das meine ich. Und der rechte sieht perfekt aus. Der rechte auch flexen. Hey, Jackson. Ja? Was ist das Problem? Der hängt ein bisschen tief. Der linke, ne? Ja. Diese Tücher muss ich. Jetzt schraubst du locker und drehst du ein bisschen. Ja. Wir machen einfach ganz fest hoch. Was machen wir? Nein, nicht. Warum? Warum drücken? Nicht drücken. Drehen. Noch? Bisschen drehen. Oder beides. Nein. So. Lass mal. Stefan! Stefan! Da bin ich. Mach mal Auto an. Okay. Das ist gut. Ach, ach, Zylinder, ne? Jetzt hörst du das. Mach mal. Mach mal, nochmal. Ach so, ja, zau. Ist gut, ne? Stefan, fahr mal ein bisschen weg. Alles gerade? Ja, ja, warte, hör mal. Bisschen, du hast gerade gedreht. Drei. Du musst einfach so schlagraten Vollgas gehen. Also nicht über drei, aber schlagraten. Das ist ja vorlaufen. Ha, jetzt ist los. Biss zufrieden? Also wenn man schlagartig Gas gibt, ist das geil. Ich bin echt überrascht. Und mit dem Stamm voll leise. Ja, bei jeder Polizeikontrolle kein Problem. Hey, denk doch, Kamera ist an. Sind nur entscheidend. Abgesperrte Strecke. Abgesperrte Strecke. Ey, wir sind fertig. Auspuff E38 700 checkt. Oh, blä! Oh, jöpje, nun! Oh, jöpje, nun! Papistik! Oh, mein! Stöpal! 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 Bis zum nächsten Mal.